Achso, ich dachte, das wäre Schweiß gewesen. Nein! Ich hab so einen Wasserhahn gehabt. Achso, ich dachte, du hast mir so einen Schweißlamm ins Gesicht geschnissen. Das ist einfach nur zum Kühlen. So, für den Lacken. Ich kann ja auch einen Waschlamm geben. Kannst du? Brauchst du nicht, du bist einer. Hallo Na. Oh Freunde, was geht ab? Dann schneid ich alles raus. Das wird keiner sehen. Alles klar. Schneid du mal raus. Weißt du, was übrigens passieren wird? Soll ich dir was erzählen? Oh, du willst mir was erzählen. Also, ich hab ja Märchen Asozial 3 verpasst. Ja. Separat persönlich selber geguckt. Hast du. Witzige Momente. Finde ich das Pferd. Mhm. Also ne, so Esel. Das fand ich schon sehr witzig. Okay. Die Prinzessin auf der Erde zu Andrea als Prinzessin. Oh, ich will rein, ich will rein. Das fand ich schon sehr amüsant. Okay, okay. Also es waren so ein paar Schwanker waren. Also ich muss auch sagen, dass Teil 1 und Teil 2 stärker waren wie Teil 3. Teil 1 ist bis jetzt das. Weil es auch eben, das ist eben dieses... Der erste Teil. Weil es einfach der erste Teil ist. Weil es einfach der erste Teil ist. Also es waren alle super. Aber Teil 1 einfach... Bei Teil 2 noch mit... Lelele. Lass mich rein. Ich bin müde. Ich will jetzt ins Bett nehmen. Das fand ich schon sehr gut. Ja, stimmt. So. Ja. Die Kurve gekriegt. Was für eine Einladung Frank Kleinworten. Das ist ja der Mann. Outtakes. Meine Fresse. Das ist ja der Mann. Wie machst du das immer nur? Ich weiß es. Guck mal. Das hat beim letzten Mal gefehlt. Aber jetzt ist er wieder da. Zack. Er schlägt wieder zu. Straßencobra. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Setz Jona wieder hin. Ja, ja. So Freunde, fangen wir mal an hier mit dem Video. Ah, ich mach auch Vollwind, ne? Es ist wieder soweit. Oh. Es ist wieder... Ah, hallo, hallo, hallo. Ich muss es noch mal ganz besser erwähnen, da es nur noch bis Montag um 10 Uhr geht. Insider Merch im BAM Shop. Ein paar verschiedene Dinge related zu den Video Insidern. Was machst du? Den Merch Clip hast du fast verpasst. Ja, geht auch nur bis... Also, ne? Nur noch 43 Stunden, 43 Minuten. Hätte er jetzt nicht noch mal eben die Sekunden warten können? 43, 43, 43. Das wäre fancy gewesen. Ja. Aber wir können uns nichts kaufen. Weil wir kein Geld haben. Nein. Weil Montag der letzte Tag war. Und heute haben wir... Mittwoch. Genau. ...die wir alle kennen. Aber auch ein paar andere neue coole Dinge und ein paar auch limited. Aber schreibt mir mal auf jeden Fall, welche Insider ihr gerne auf einem T-Shirt haben wollt und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Vielen Dank für euer ganz Feedback, für eure ganzen Reactions, die wir uns immer hier gemeinsam mit dem Team anschauen und auch für die halbe Million... Ob er unsere auch gesehen hat? Wir werden's von dir erfahren. Wahrscheinlich, ne? Jonathan Frank, Xbox Live. Alles klar, weiter geht's. Views nach einer Stunde ist einfach, ey, viel zu heftig. Und je nach Laune und Gemützustand, lass doch einfach mal ein Like auf dem Hauptvideo da. Haben wir gemacht. Und jetzt viel Spaß mit den Outtakes! Wuuu! 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 Da deckt dein Gesicht die Rolde. Wuuu! 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 Das war's André, oder ist der Tod? Habt ihr? Ja! Ey, dafür könnte man wirklich auch mal ein Like da lassen. Ein Like und ein Abo und famshop.de besuchen. André ist den ganzen Tag heute gelaufen. Klatschen wir einmal für ihn. Einmal klatschen für... André! Ja, was ist jetzt? Geiler Arsch, musst du sagen. Ja, ich weiß. Zum Pferd. Geiler Arsch! Geiler Arsch, ey! Oh, ja, ist cool. Was? Er hat mir gerade einen Arsch geworfen, weil ich dachte, ich bin alle rot. Krass, die Gangsterrapper auf der Welt! Ja! Das war's. Siehst einfach keine Augen mehr, Leute. Oh, ha, ha! Jo, ha, ha! Je, 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 je! Ich bin zu alt, um zu jagen. Immer, das ist ein Gramm! Scheiße, ey! Ich darf mal so sein. Ja, guck mal. Dickes Feuer, ich sehe dich! Yo, wie schön es ist, nein! Danke, ne? Wow. Komm, für unser Leben zu sterben, entfremd du wärst, kann man von meiner Lie Vocalant Sterben yo Dicker, yo Dicker und Bumpf. Das ist gar nicht so. Ah und Bumpf, kein Universe zum Lippen! Auto. Ne, ne, ich bin die Art und Bumpf, wow, 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 wow. Wir sollten eigentlich eine Wallpaper-Kollektion öffnen. Oha, die göttlich! Oh, Feuer! Mir ist nichts anderes eingefallen. Die göttlich! Tschüss, Bruder! Die göttlich! Oh, High One! Jotika! So sieht Julian Bellen aus, wenn er tippt. Warum bist du? Wo bist du denn? Du hast schon so einen halben Lächeln bekommen. Seien Sie sich zu schuldig. Ich gerade sah das jetzt auch, das würde Kelly gerade zum Pinkeln einsetzen, wie eine Katze. Kein Problem, kommen Sie ruhig! Ah! Ach, ich kann nicht mehr. Leute! In so einem Anzug könnte auch dezent warm werden, oder? Minimal, oder? Minimal. Wenn du dann noch geiles Wetter hast, ist eigentlich was für Frühling oder Herbst. Anfang Februar, Ende November, so die Zeit. Dann sind wir auch dabei. Dann ziehen wir auch so ein Ding an. Also jetzt so, gehen wir mal im August, da muss ich aber los. Ich aber auch. Also... Ne. Ich schwitze jetzt schon, wenn ich das sehe. Das ist mir zu weit. Jetzt kriegst du nächstes Mal meinen Schatz zu dran. Oh, ja. Äh, ne. Lieber ne. Miau. 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 Baka! Riecht so doll. Kann mich jemand schieben? Nein. Oha, jetzt. Das ist geil. Halt auf den Stromuffrieg. Ist das Strom? Das ist ein Instagram-Foto, Alter. Wollte ich das Ding die pappen? Schon? Ist doch geil. Noch eine direkt hinterher. Drip 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 Drip. Drip Drip. Wollen wir bitte noch mal in Pupp zurück gehen? Es fällt schon ein Auto, hier war das. Soll ich das Ding gepuppen? Ja schon, ist doch geil. Noch eine direkt hinterher. Drip, 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 drip. Das 180ste. Also, dann sind wir schon ein, zwei Autos durchgefahren. Und der denkt sich auch so, was ist denn hier los, Alter? Ja, auf der einen Seite hat Gurkensung gedreht. Ja, genau. Ich bin grün. Das sind sicher diese Teil, ne? André! Warte, zählt jemand an? Zählt 1.000 Klicks! Hallo Annika. Soll denn das gehen jetzt? André steht einfach daneben. Ja. Das ist jetzt feier, der Mäuse ist schon tot oder so. Ey, Geile! Warte! Nein! Komm zurück! Aaaaack! Mann! Oh, was war das für ein Geräus? Find mich! In die Scheißerei! Oh, das Knobbeln, ne? Verpiss dich. Das war gut eigentlich. Alter, ich bin der Prinz. Ist das ein Esel? Das ist doch kein Esel, Mui. Baut doch mal deine Spicke weg. So. Du? Aber ich sehe doch gar nicht aus wie du. Eins. Sehr gut. Jetzt fühle ich dich aus. Und die Kamera schwenkt hoch und... Eins. 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 Jeder hat in seinen Handschellen Schlüssel, außer... Außer Kelly. Ihr seid so versaut, ne? Vier tollwütige Tiere. Geht das? Ja. Okay. Eins. Gehört euch mal wie John aus, Leute. Die Frage beantwortet sich ja direkt. Einten John ist auch am Start. nicht mehr in der passenden größe oder die ähneln ist aber knapp ja die jacke spart so ein bisschen nach hinten das ist auch am start das ist sicher gar nicht hält noch nicht aber kann es greifen klo ich hab durch mein handy muss ich auch mal am ende geht es vor nicht gut weiß also staunen ich hab durch ich muss meine händen Guck mal, Martin, wie so ein Fettkopf, das ist Roman, auch im Monat mit seiner Brillen. Fähling oder irgendetwas? Die knackig. Könnt ihr? Könnt ihr? Was für Frauen als Leben ist. Mal schauen, ob es eine wahre Drama-Queen ist. Oh, oh, oh. Ich bin so ein Schall. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nein, da ist sie, da ist sie, da muss er seine Arme schaffen! Oh, ich hab einen Scheiß gemopft! Ich kann nicht! Ich hab jetzt jetzt gesessen haben! Jedenfalls nicht schöner! Willkommen zu Jackass! Können Sie Hammang, ich geh mal an? Ich habe da eine sehr Kaffee! Wer hat das? Wenn ich mich übersteckte, wenn ich mich ein, Aber ich bin noch kein Teil! Ich bin noch kein Problem! Das ist ein wache Drama Queen. Das ist perfekt. Wache Drama Queen. Das ist perfekt. Das sieht so witzig aus. Ich kann mir das den ganzen Tag anschauen. Daumen nach oben drücken. Erstmal supporten. Erstmal schreiben. Das war gut. Wie war das? Fancy. Fand ich jetzt. Ich persönlich fand es fancy. Welcher Elefant? Der Elefant fand es auch fancy. Eine Rose rein. Fred, der Elefant. Ja. Ja. Jedes Video ist ja quasi bei uns ein Out-Tech Video. Deswegen gibt es bei uns keine expliziten Out-Tech Videos. Weil alle Out-Tech Videos sind. Genau. Aber ich glaube, ich hätte genauso viele Nasenblumen wie die in manchen Aktionen. Ich denke auch. Allein du das auf die Matratze jumpen. Oh, herrlich. Also wenn ihr noch Stunt-Double braucht, ne? Wir melden uns. Ist jetzt ein Aufruf, ne? Ja. Ein Call. Wir sind für fast alles zu haben. Fast. Flo der Flo ist für Nackt 10 da. Der ist für Nackt 10. Genau. Wenn ihr Nackt 10 auch, dann müsst ihr Flo oder Flo fragen. Aber nur auf unserem Kanal. Stimmt. Damit wir mehr Klicks kriegen, hat er gesagt. Für alles andere sind wir selber zu haben. Okay. Kein Nackt 10. Das wird keiner sehen. Gurkensohn soll es auch dafür sein. Das wird immer schlimmer, Frank. Ich glaube, wir sollten jetzt aufhören. Ja. Heil die Haare. Das ist ein Vibus von Nackt.